Montag, 20.15 Uhr, Piers Brosnan in Aus der Wiege gerissen. Dusball, denn alle schönen Dinge fangen mit D an. Debitel. Kommunikation ist alles. Sony Playstation, die ultimative Videospielkonsole mit über 450 Videospielwelten. Und BB Young Care, die softe Pflegeserie für junge Haut, präsentieren The Dome, die Chartparty der Megastars. RTL 2 bringt die Hallen zum Kochen. Die größten Stars, die heißeste Show, die wahrscheinlich geilste Party der Welt. The Dome, die Chartparty der Megastars in der Arena Oberhausen. Party on! Dandy. Das Siemens C10D mit der Debitel D1 oder D2 Card inklusive 100 Mark Guthaben. Tolles Angebot. In der Knüllerbox von Debitel für nur 11 Mark. Debitel. Kommunikation ist alles. Iglo-Schlammabfalle. Ganz wild drauf. Nichts los am 2. Advent. Alles so besinnlich und friedlich? Oh, oh, oh! Wir buchstabieren Ihnen, wie der Sonntagabend zum echten Fernseherlebnis wird. Wilde Action. Lecker Karate. Ein Ranger. Walker. Texas Ranger. Morgen bei RTL 2. Darauf freuen Sie sich die ganze Woche. Trinken, feiern, lustig sein. Exklusiv die Reportage. Wochenende in Deutschland. Dienstag, 22.10 Uhr. Freitag in RTL 2 Planet Cinema. Sie sind die härtesten Jungs des Secret Service. Für diesen Job brauchen Sie allerdings einen, der noch härter ist. Ich kann nicht noch mal drei Jahre abdienen. Selbst drei Minuten wären mir schon zu viel. Ich meine, das ist der schlimmste Auftrag, den der Secret Service zu bieten hat. Was wünschen Sie denn, Man? Ich möchte Golf spielen. Vielleicht könnten Sie sich auf die vorschriftsmäßige Seite setzen, aber dann ruhig etwas mehr in die Mitte. Nee. Ich brauche den Preis für letzter Babyerbsen. Doch niemand hatte damit gerechnet, dass diese Frau wirklich in Gefahr ist. Ein Erinnerung. Nicolas Cage und Shirley MacLaine in Tess und ihr Bodyguard um 20.15 Uhr. Gleich danach sehen Sie einen Film, der Geschichte geschrieben hat. Die Geschichte des größten Profikillers aller Zeiten. Nicht mal die OAS weiß, wer er ist. Der Abschirmdienst kann ihn nicht unschädlich machen, da sie ihn nicht kennen. Die Grenzüberwachungsorgane können ihn nicht festnehmen, weil sie nicht wissen, wie er aussieht. Das Original. Der Schakal. Ihr Kinoabend, Freitag ab 20.15 Uhr im RTL 2 Planet Cinema.